Und das ist dann der Hammer, da hätten wir so eine linke Holzuse, die also AfDlern die Gaskammer wünscht. Im Gegensatz zu dem betreffenden deutschen jüdischer Abstammung, der sich jetzt wegen Antisemitismus und Holocaust-Leutnant vor Gericht verantworten soll, bleibt diese Frau unbeschadet. Ein Gericht, natürlich hatte jemand Strafanzeige erstattet, hat befunden, dass das ja alles gar nicht so wild sei und ja, in dem Eifer ihrer Jugend. Das Internet vergisst nun nichts und jetzt heult die linksbestimmte und versichtte Presse, wie schlimm doch diese arme Frau behandelt wird. Das ist ein Skandal ohne Gleichen. Wenn ein AfDler etwas Gleichsagendes äußern würde, dann würde er garantiert hinter Gittern landen. Aber in Frank-Walter Steinmeiers und Olaf Scholzens Spezialdemokratie, da darf man Leute beschimpfen, dass es nur so raucht. Wenn man links ist, dann ist das eigentlich ein Muss. Vielen Dank.